Jetzt mal die Zusammenfassung von den 50 Pleited Maps T1 bis 5, die wir zum Test gemacht haben. Wir haben die wie gesagt mit Teal Oil, Chisel und Alchi verbessert. Wir haben 50 Maps davon gemacht, eine ist fehlgeschlagen durch irgendeinen Bug, wir wissen auch nicht genau warum. Wir haben 144 Stack Decks, 5 Voids, ein paar Karten, die vielleicht ein bisschen was wert sind, 3 Roar X, 5 Divine, 5 Habinger, ein Ancient Orb, das ist vielleicht noch ein kleines Highlight, 250 ES Schild mit Chaos Resi und Reduced Chaos Damage Taken Overtime. Anderes Gelöt hier, hier hätte ich dann keinen Bock mehr das zu sortieren, hier könnte auch noch was dabei sein und zusammen kommen wir dann genau auf den Preis von 2652,51 Chaos. Aufgewendet haben wir 21 Chaos pro Map, also sind wir bei 1050 Chaos verwendet und haben also sozusagen 1600 Chaos, wenn wir alles verkaufen würden, Plus gemacht. Wir haben von 1 Uhr mittags bis ungefähr 20 Uhr abends diese Maps gelaufen. Wir sind am Anfang zusammen, zu zweit in der Map gewesen und die letzten 2 bis 3 Stunden, ich weiß es nicht genau, sind wir dann einzeln. Also ich bin in der Map gelaufen und Florian ist in der Map gelaufen, somit haben wir unsere Geschwindigkeit verdoppelt und somit auch die Currency pro Stunde. Für die, die es noch etwas genauer wissen wollen, hier ich scrolle einmal durch, hier alles was wir gefunden haben, wir haben alle kleinen Currencies auch anzeigen lassen, damit wir die halt mitnehmen, sowas wie Transmutation und Chance und Portless Scrolls sogar, weil wir keine hatten, einfach nur weil wir keine hatten und weil wir sowieso am looten waren. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, das zu machen, es dauert Zeit, es ist aber stinkenlangweilig, aber wenn ihr Currency machen wollt und mit 100%iger Sicherheit, selbst wenn ihr die rausnehmen würden, dann werdet ihr auf jeden Fall mit Blighted Maps Erfolg haben. Wir machen jetzt gleich noch die Stackdecks auf und ich hoffe, dass wir uns dank den Stackdecks bei Game of the Life sehen, boys. Macht's gut.